So, was haben wir hier? Da haben wir das Gewehr. Hier haben wir das mit der Pistole. So, ich denke mal, wir können jetzt loslegen. Ich glaube, die Waffen waren noch ein bisschen dreckig. Lass mal ein bisschen polieren. Ja, guck mal, reinigen, zack. Reinigen, zack. Ach, ich habe noch die Maske auf. Fuck. Absetzen. Äh, warte mal. Jürgen, wo ist er hin? Äh, warte mal. Wo muss ich lang? Ich habe hier so viele Fragezeichen, das glaubt man kaum. Okay. Viel Erfolg. Oh, danke. Okay, von hier oben springen. Oh, scheiße. Ähm, nein. Da gehen wir definitiv nicht lang. Okay. Schauen wir uns die Sachen dort hinten erstmal an. Oder rechte Seite. Oh. Ja, komm. Wir gucken uns zuerst die Fragezeichen an. Dort hinten wurde geschossen. Ähm, wer ist das denn jetzt hier? Nur die Munition. Hier ist noch ein Söldner. K.O. Eine Waffe? Ich glaube, seine Waffe wurde eher geklaut. Wo seid ihr? Da wird einer gefoltert. Zu 100%. Da wird einer gefoltert. Oh, WB. Vielleicht. Scheiße, ich glaube, es kommt jemand. Oh, so hoch, hoch, hoch. Das war kein Schatten. Das war der Toil. Scheiße, ich habe mein Schall hier nicht drauf, ne? Fuck. Scheiße, da ist jemand. Da ist jemand. Genau vor mir. Psst. Und mit der Ruhe. Ich muss hier das Licht ausmachen. Number one is dead. Unter mir. Fuck. Hätte ich nur meinen Schalli dabei. Och, Mann. Oh, der schläft, oder? Hey, pssst. Schläfst du? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, das tat weh, oder? Ey, was haben wir denn hier? Auseinanderbauen. Vielen herzlichen Dank. Oh, fuck, hier ist er in der Treppe. Hm. Erstmal die Dosen ab. Und ja keinen Lärm machen. Verdammt. Ist er abgefahren. Und wie weit sind wir das machen? Wir gehen runter. Auf einzig wahre Weise. Mit Kreuz und Geräte. Das Gute ist ja noch, wir haben ja den Schatten. Fuck, 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 fuck. Oh, ey. Kommt, kommt der. Nee, er. Ja, leg dich mal schlafen. Warum ist der Clown da drin? Äh. Äh. Ich konnte. Ich. Dein Kopf, dein Kopf, wo ist? Zeig mir deinen Schädel. Scheiße, rechte Seite. Scheiße, die am Mund. Tut mir leid, Mensch. Ja, zackt euch. Mein Gott. Da steht keiner mehr. Aber hier steht einer. Komm, zeig dich. Ja. Ich würde sagen, zwei leben noch. Oh, das Gewehr ist geil. So, schön abbauen. Okay. Hier haben wir nur ein paar Chemikalien wieder. Beziehungsweise ein paar Materialien. Machen wir mal kurz die Lampe an. Das ist ja übelst düster hier. Oh. Oh. Er hat irgendwo von links geschossen. Wahrscheinlich hinter den Säulen, oder? Ich sehe ihn nicht. Aber er hat mich gesehen. Da oben. Der ist tot, würde ich sagen. Die Stimme kommt von oben. Von dort hinten. Da ist der Erste. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Hey, hey. Ein Moment. Ein Moment. Ruhe da hinten. So. Wer genau seid ihr? Damit ich weiß, ob ich euch abknallen muss oder nicht. Ich hole sie noch nicht raus. Sagt mir bitte, ob ihr zu den komischen Gläubigen gehört oder nicht. Ansonsten bleibt ihr hier drin. Und schmort in der Hölle. Was ist der Unschuldige? Selbstwahrscheinlich nicht ohne Grund dahinter. Die Spinne weg. Alter, die ganze... Ich würde sagen, es sieht alles gut aus hier. Ja, ja. Das sagen sie alle. Lassen Sie mich zurück. Was ist... Ja, okay. Ein bisschen schick. Ich bin kein Bandit, aber ich glaube doch gerade Sachen. Woher wollt ihr das wissen? Die sagen zu mir, ich bin kein Bandit, aber im Endeffekt töte ich gerade Menschen und stehle. Die ganzen Materialien, die hier rumliegen. Also im Endeffekt. Nee, richtig. Ich bin kein Bandit. Ich töte nur jeden, der mir in die Quere kommt. Schau mal auf hier. Okay, da kommen wir nur wieder nach draußen. Okay, ansonsten würde ich sagen... Oh. Wo ist seine Waffe? Also, ich hole die jetzt gleich raus. Um zu überprüfen, ob die freundlich gesinnt sind. Oder halt, äh... Böse. Weil wenn die zu den Gläubigen gehören, muss ich sie früh oder später eh abknallen. Also machen wir es gleich. Sobald ich es... Sobald ich es weiß. Bei den anderen habe ich auch abgeknallt. Der... Der durfte nicht zurück. Und immer von wegen... Äh, du bist doch der Ketzer und... Nee, komm. So, wir lassen die erstmal raus. Muss ich das jetzt echt aufschießen? So. Dann haut mal raus. Los. Raus. Mein Seelen heilbeten, solange wir leben. Auch wenn du ein Ketzer bist. Gott segne dich. Was? Wie bitte? Ich ergebe mich. Ich muss mich deiner Gnade fügen. Auch wenn du ein Ketzer bist. Hä? Wo ist er? Ich glaub, die sind weggelaufen. Hä? Wer bist du denn? Ähm. Ähm. Ich hab nen Zeugen. Scheiße. Wir haben nen Zeugen. Ach, er... Er wollte sich grad nur schlafen legen. Also alles in Ordnung. Alle... Ihm geht's gut. Ich... Ich fühle nochmal seinen Puls. Ja, ja. Den geht's gut. Guck mal. Der hat wahrscheinlich nur zu viel gesoffen, ne? Der stützt sich hier auch schon ab. Ja, alles gut. Ja. Wir gehen raus. So, wie wir sehen, ist da... Äh... Ein Totenkopf. So, jetzt gehen wir da vorn hin. Wenn wir da... Wieder eine Person retten müssen... Ähm. Wow, was war das? Immer mit der Ruhe hier. Ja, ja. Mach das. Mach das. Yusuf. Das wird nur bei dir so angezeigt. Ich seh deine Nachrichten nur einmal. Danke. Das tut mir leid, mein Freund. Ach. Was soll's? Das war noch eher alles hier. Nur diese Gläubigen. Jo, Wibi. So. Wieder die Knarre ausrüsten. So. Okay. Wir links daneben. Verdammt. Können wir hier mit nicht fahren? Schade. So. Hier muss ich irgendetwas machen. Kann ich hier durchspringen? Ach, schade. Warte mal. Okay. Wahrscheinlich von drin. Ende runter. Falls jemand hier ist. Okay. Hier haben wir ein paar Sachen. So. Eine Sache wollte ich noch machen. Und zwar. Ich könnte jetzt. Oh. Ein größeres Magazin. Wie geil ist das denn? So. Was haben wir hier? Patronengurt. Tempo ist ein bisschen weniger. Aber somit mehr Munition. Besser. Viel, viel besser. Hier können wir Munition hercraften. Das brauchen wir erstmal gar nicht. Nice. Und ich würde sagen, wir lassen das Visier mal ruhig drauf. Bei der Knarre. Ist ja recht in Ordnung. Achso. Hier können wir rasten. Müssen wir nicht. ein bisschen Feuer machen. Achso. Die Fledermäuse. Achso. Das war's schon. Okay. Äh. Wir gehen raus. So. Mir wurde gesagt, ich soll euch eine Menge Schote in den Arsch pumpen. Also wo seid ihr? Keine Fledermäuse in Sicht. Wir gehen weiter. So. Wir haben zwei Hütten gefunden. Oben ist eine Kirche. Und das heißt, wir gehen. Geradeaus. Und machen mal unseren Hauptauftrag. Weiter. Da. Die Fledermäuse. Sehr gefährlich anscheinend. Oh, es sind sogar mehrere da. Wo sind wir denn da? Wie das auch auf dem Map markiert wird. Hier von wegen. Da hast du sie abgekleilt. Da hast du unschuldige Menschen getötet. Oh. Müssen sie aufsetzen. Oh, hier sind mehrere Tote. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Gefahrenzeige anzeigen. Boah, scheiße. Ich bin im roten Bereich. Alter, raus hier. Warum nur unter der Brücke? Okay, scheint wieder in Ordnung zu sein. Okay, da müssen wir. Hier, da müssen wir lang. Genau, da vorne ist eine Gas Station. Da wollen wir auch nochmal hin. Oh, scheiße. Es sind überall diese verkackten Küter unterwegs. Oh, oh, oh. Hat es mich gesehen? Alter, sieh die scheiße aus. Oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, LKW bleibt jetzt erstmal. Fuck. Oh, wenn ich... Genieße es weiter. Ah, 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 ah. Dreh dich jetzt bitte nicht nach rechts. Danke. Alter, das mit dem Wasser ist auch übelst nice gemacht. An Viament haben wir definitiv dabei. Finde ich geil. So, wir rennen wieder. Oh. Pssst. Mann. Fuck. Ich habe kein Schally dran, oder? Scheiße. Ich glaube, ich werde es alle abknallen. von hier aus. Fuck, das... Ah, scheiße. Nein, warum bewegt er sich jetzt? Ähm. Ähm. Ich treffe den Typen da oben nicht. Willst du mich verarschen da oben? Okay, meine Knarre reicht nicht so weit. Was denn du? Wo will er hin? Wo will er hin? Okay. Die hat volle Kanne getroffen. Warte, da oben war noch einer. Safe. Da ist er doch. Los, komm. Ich weiß, dass du da bist. Und wo? Ich sehe ihn gerade nicht. Ich sehe ihn gerade nicht. Ich sehe ihn gerade nicht. Du Mist. Du Mist. Was macht er, hallo? Hätte ich eine Handgranate da ohne Scheiß, würde ich sie dir jetzt so gegen den Kopf knallen. Verstecken? Ist er gerade diejenigen, die sich... Oh. Ah. Jetzt die Frage, haben sie mich gesehen? Ich hoffe nicht. Kopf, Kopf, Kopf. Ach, scheiße. Hä? Ich konnte... Scheiße. Ich vergeute hier voll meine Schüsse. I töts. Hallo, hallo, hallo. Okay. Stay back. Scheiße. Wuh. Wuh. Okay. Ihr wollt es so? Könnt ihr haben. So. Was nu, hä? Oh, wer bist du denn? Definitiv der Vater von ein. Der hat gerade einen Headshot überlebt. Alter, der... Fuck, Alter. Das war definitiv der Vater. So, bleib liegen. Meine Fresse. Puh. Gollum. Nee, ey. Das war Gollums Vater, ey. Ohne Scheiß. So, we. Ihr habt mir jetzt... Warte mal. Wo sind die ganzen Leichen hin? Hier sind sie. Jo. Ah, es tut mir leid. Aber bevor ich sterben muss, stirbt jetzt erstes. Wo ist deine Knarre? Ach so, ach so, tut's. Ja, alles, alles, alles klar. Alles klar, tut's. Alles klar. Weiß ich beschert. So. Hier ist der Nächste. So, die ganzen Waffen haben wir auseinander gebohrt. Genügt Materialien für mich. So, mal gucken. Wir gehen weiter. Alle tot. Wir gehen zur Hauptmission. Das wird dauern jetzt. Höchstwahrscheinlich. Ja. Wir sind genau da, wo wir sein müssen. Mach die Tür auf. Keine Materialien. Außer am Werktisch. Das heißt, wir reinigen. So. Denn die Knarre müssen immer im besten Zustand sein. Sollen die auch zu 100% treffen können. So, aber wir können. Ja, so und so. Wir machen das. Und hier. Der hat auch das. Der hat das. Ich glaub. Nee. Hm. Okay, wir machen's anders. AK bekommt auf jeden Fall das ausgerüstet. Denk, was sollte auch passen. Damit wir zwei Waffen für den Nahkampf haben. Und eine für den Fernkampf. Draußen ist ein Monster. Linke Seite. Psst. Da ist es. Fuck. Ich bin wieder umzingelt. So. Da. Einfach mal unten rein. In den Hangar hier. Scheißwetter. Oh, fuck, Mensch. Jetzt hätte ich nochmal üben müssen. Alter. Danke. Was steht da? Kann ich nicht identifizieren. Ist nicht meine Sprache. Na los, komm. Na los, komm. So, bisschen drehen. Ey, ich seh grad wirklich nichts mehr. What the fuck? Ich seh' nichts. Chat ist hier grad genauso viel wie ich. Also, keine Sorge. Die Pizze lassen wir mal dran, falls wir gleich wieder zurück müssen. Oh, heilige Scheiße. Was? Wann? Wo? Oh, scheiße. Ah. Ich bin umzingelt. Hä? Oh, scheiße. Wo? Ey, das, das. Oh, fuck. Ich glaub, ich bin nicht allein. Wo muss ich denn anhalten? Ey. Ich erkenne hier gar nichts. Oh, warte mal. Ich glaub, ich bin hier falsch. Oder? Wir drehen nochmal um. Ach, scheiße. Ich häng fest. Warte, hier. Wir fahren zur brennenden Tonne. Bin ich hier richtig? Ich würd sagen, wir steigen hier aus. So, geht's hier sonst gut? Nein? Man sieht's. Auch meine Taschentampe. Es bringt gar nichts. Ich hab hier übelste Probleme. So, jetzt mach ich's sogar noch dunkler. Hä? Scheiße. Hey, 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 hey. Immer mit der Ruhe. Bisschen nichts. Ich mach jetzt auch noch das gesamte Level hier dunkler. Aber auch nur, weil ich nicht weiß, ob ich nochmal hier zurückkomme. Ich glaub nicht. Boah. Komm, steh auf, steh auf. Voll in die Fresse. Also ich, die aber auch. Leute, ich seh so gut wie nichts, ne? Wir lassen jetzt die Pizza auch da. Alter. Überfliegen. Hallo, tu dir selbst ein Gefeind. Danke. Oh, noch einer. Fuck off. Geh raus. Ich hab mir Munition. Hast du ohne Waffe? Nein, natürlich nicht. Spring doch. Okay. Ist abgeschlossen. Fuck. Können wir nicht aufschießen. Müssen wir von der anderen Seite hoch. Ich glaub, irgendetwas wird gleich passieren. Ich weiß nur nicht was. Okay. Machen wir aber gleich. Machen wir aber gleich. Muss gucken, ob hier oben die Luft frei ist. Ja, sieht gut aus. Kann hier einfach mal jemand das Licht an machen? Danke. Oh mein Gott, es ist da. Das fasst bitte mein Boot nicht an, ja? Danke. Nein, 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 nein. Scheiße, voll daneben geschossen. Oh nein, es ist... Oh, es war wieder... ...der Vater von Gollum. Die steck... ...steckere Variante. Oh. Habe ich das richtig gesehen? War das ein Trommelmagazin? Ich hoffe es. Ich hoffe doch sehr. Ach stimmt, wir haben ja Wurfmesser. Tatsächlich. Wow. Hey, 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 hey. Hey, hey. Immer mit der Ruhe. Ohne... Ohne Scheiß, nett. Dich fress ich nachher. Pfuh. Alter. Scheiße. Boah, ich muss hier runter. Ich muss hier... Scheiße. Oh Gott. Okay, ich bin nicht mehr safe. Fuck. Er versteckt ein Signal. Mein Gott. Shit. Ja, ich bin doch schon draußen. Mein Gott. Stell dich mir nicht so an. Ich bin derjenige, der hier gerade leiden muss. Boah, die Taschenlampe bringt gar nichts, ey. Hat hier jemand ein Feuerzeug? Ich glaube... Ach stimmt, ein Feuerzeug. Wir haben doch noch ein Feuerzeug. Das, das geht umher... Ich weiß noch nicht. Aber schwer... Wer ist ein Feuerzeug? Untertitelung des ZDF, 2020